Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem interessanten Video. Ich habe ja schon in mehreren Videos gesagt, dass ich ein paar Turniere machen möchte. Ich möchte direkt mal zum Punkt kommen, Leute. Das wird ein kleines Video, aber ein feines Video, denn ich will es jetzt umsetzen. Also, Leute, passt genau auf, es wird genau drei Turniere geben, noch diesen Dezember. Drei Turniere, an denen ihr mitspielen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Zwei Spiele kosten was, ein Spiel ist sogar kostenfrei, und zwar Brawlhalla. Brawlhalla ist kostenfrei, ist so ähnlich wie Super Smash Bros. Millie und sowas wie damals halt, wer es kennt. Und jeder darf da mitmachen. Ich möchte, dass ihr, um mitzumachen, schreibt ihr mir bei Discord. Der Link zum Discord ist in der Videobeschreibung. Ihr schreibt bei mir, mich persönlich an, auf Discord, wenn ich online bin oder einfach, ja, das werdet ihr sehen. Könnt ihr mich persönlich anschreiben, das kriegt ihr hin. Und dann schreibt ihr mir bitte euren Steam-Namen. Und bei welchem Turnier ihr euch anmeldet. Ihr dürft natürlich bei allen drei mitmachen, falls ihr alle drei Spiele besitzt. Okay? Das heißt, ihr schreibt mir, wo ihr mitmacht, und damit ist die Teilnahme bestätigt, sozusagen. Natürlich könnt ihr kurzfristig absagen, wenn ihr nicht könnt. Aber ihr müsstet euch einmal bei mir anmelden, damit ich einen Überblick habe, damit ich planen kann. Ihr habt Zeit bis zum, jetzt kommt es, bis zum zweiten Weihnachtstag. Bis zum zweiten Weihnachtstag habt ihr Zeit, euch bei mich anzumelden. Ich werde das nochmal extra erwähnen. Aber das ist das Video dazu hier. Bis zum zweiten Weihnachtstag dürft ihr mir schreiben. Also bis zum 26.12. So, denn nämlich, das erste Turnier geht los am 27. Am 27. kommt Brawlhalla. Am 28. kommt ein weiteres Turnier. Am 28. kommt nämlich das COD-Turnier. Und zwar World War II. Das Sniper oder normal, das wird sich noch geklärt. Aber alle, die World War II am PC haben, können sich gerne hier bei mir zum Turnier anmelden. Auch bei Discord, ihr wisst Bescheid. Und das dritte Turnier wird Golf with your friends sein. Das heißt, einfach ein bisschen golfen gegeneinander. Das waren die drei Ideen, die ich habe. Und auch da bitte einfach anmelden, einfach schreiben, wie wollen wir machen. Dann plane ich das. Bis zum 26. hat die Zeit. Am 26. plane ich diese drei Turniere. Und dann setzen wir die Tat um. Wahrscheinlich entweder Videoform oder Streamform oder beides. Das weiß ich alles noch nicht. Aber es wird ein Turnier gezockt. Und ich möchte, dass ihr euch ordentlich anmeldet. Dass wir ordentlich mitzocken können. Das heißt, alle, die Golf with your friends und BW2 haben, let's go. Meldet euch an. Und Brawlhalla könnt ihr euch alle kostenlos runterladen von Steam. Jeder Rechner packt das, denke ich. Das heißt, auch für die Konsolenfreunde unter euch. Falls ihr schon mal mit mir spielen wolltet. Das ist jetzt die Chance. Denn Brawlhalla hat auch nur 300 MB. Das heißt, jede Internetleitung hat das Spiel easy runtergeladen. Also, das ist eure Chance. Falls ihr Bock habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr alles mitmacht. Und ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, zu gewinnen sage ich jetzt noch nichts. Aber ich hatte einiges im Sinn. Ja, ich hatte einiges im Sinn. Also von daher. Jetzt macht es erstmal gut, liebe Leute. Und wir hören uns wieder, ja, im nächsten Video. Das Stream-Famil. Macht's gut. Ciao.